So Leute, ich gehe direkt weiter mit GTA 3. Wir kommen langsam zum Ende von GTA 3. Ich versuche es ja heute durchzuspielen. Lauf verschwinden. Lauf verschwinden. Lauf verschwinden. Lauf verschwinden. Lauf verschwinden. Ah, jetzt machen wir was Spaß jetzt hier noch. Nun habe ich einen Film hier bei Ray. Und dann haben wir noch Abkehr auf der Karte. Und dann machen wir die letzte Mission by the way. Kinder, kreuschen wir noch nicht in der Mission und dann helfen wir das Spiel wirklich durch. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist das. Ich bin auf meine Kopf und ich beginne zu schrauben. Die CIA scheint zu haben ein bester Interesse in Spank. Und sie mögen uns mit dem Kartell. Ich bin ein Markman, also ich bin raus. Geh mich zu meinem Flugzeug an dem Flugzeug. Und ich mache es für einen Zeitpunkt. Was ist denn eine andere Route finden? Kein Problem. Ich weiß das Spiel. Ich bin falsch. Ich bin jetzt die Route Super. Ich bin weg und die Route fiel. Ich bin zuerst. Also ich bin dafür. Ich bin für mich jetzt. Ich bin zuerst. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin ja schon da zu deinem Weg. Vielen Dank. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja Leute, ich fahre nur noch schneller auf Stoff der Tränen. Bin ja auch schon da. Ich fahre nur noch schneller. Ich fahre nur noch schneller. Bis dann. Ich fahre nur noch schneller. 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 Toll, du fährst ewig, Alter. Willkommen, Stavton Island. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020